Hi Leute, danke dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu einem etwas anderen Video. Ich rauche in meiner Genie 2K14 einfach ein Mojito mit Lulebowl und Lotus, aber heute geht es nicht um uns rauchen, sondern wir haben heute ein kleines Unboxing. So, und was für ein Unboxing? Hierzu die Fata Morgana Rebellenbox. Kam gestern, bzw. ich weiß nicht genau wann ich das schaffe das Video hoch zu sagen, gestern aber vorgestern, also am 12.06. raus. Ja, Fata Morgana ist Casey sein neues Album. So, wir öffnen mal die Box. Gucken, was ich machen kann, dass ihr gleich auch seht. Ich lege mir die Box mal auf den Schoß und dann gucken wir mal was drin ist. T-Shirt, das zeige ich euch gleich. So, dann haben wir hier einmal so ein VSK Papier. Unwichtig. Ein Fata Morgana Sticker. So, dann ein Flyer mit den Tourdaten. Und auf der Rückseite Rebellen Lounge. Einmal in Stuttgart und in Köln. Wenn ihr dort wohnt, solltet ihr bestimmt mal aufprobiert haben. Dann so eine 3D Hologramm Karte. Weiß nicht ob man es sieht. Aber man sieht es so ein bisschen. So, und dann noch eine Autogramm Karte von Casey Rebell. So, Rückseite. Stehen ein paar Informationen. Youtube Account und 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 und. So, und was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein Poster. So. Jetzt zeige ich euch einmal die eine Seite. Ganz bekanntes Bild von Casey Rebell. Und die wunderschöne andere Seite. Mit dem Fata Morgana Cover. So. Machen wir gleich weiter. Dann. Was ich in dem Album, also in der Box sehr schön finde. Haben wir hier. Den Fata Morgana Selfie Stick. Den Banger Stick. Was habt ihr da drin? Einmal den Stick. Und. Ladekabel. Warum Ladekabel? Weil ihr hier unten. Sieht man schlecht. Aber hier unten habt ihr zum Aufladen. Weil der ist mit Bluetooth. Ihr könnt ihn so hochklappen. Dann. Ich zeige ich euch kurz. Handy einspannen. Und. So. Seht ihr hier. Auf jeden Fall. Geiles Ding. Mit Bluetooth auch perfekt. So. Jetzt kommen wir zum Hauptteil der Box. E-Tracks. So. Da haben wir hier. Die CDs. Vorderseite das Album Cover. Rückseite die Trackliste. Mal anders gemacht. Ich gehe mal näher ran. Damit ihr sehen könnt. Kommt auf jeden Fall cool. Ich lese euch einmal E-Tracks vor. Ghetto Aristoteles. Alles und Nichts. Canucks in Tokyo. Mane. Pata Morgana. Bist du real. Freestyle Skit 3. Porzellan. Casablanca. Nicht mehr normal. Hennessy. Wieder an deiner Tür. Hast du. Das ist ein Tabak über seinen. Äh. Das ist ein Tabak. Das ist sein Lied über seinen Tabak. Dann. Augenblick. Mein eigenes Ding. Auf dem Weg. Harte. Harte Kontur. Glaube ich. Oder. Ja. Weiss ich nicht genau. Ähm. Und dann. Eins. Äh. Ist Bonustracks. Also 17 und 18. Die letzten zwei sind Bonustracks. 18 ist mit ganz Bangermusik. Und 17 ist mit Kodo und Pace Bomb. So. Dann machen wir aber mal die Box auf. Einmal. So. Haben wir hier. Vier CDs. Und in der Mitte noch. Ja. Ich weiß nicht wie man es nennt. Aber halt so ein. Kleines Ding. Wo was. Wo die Infos zu den Liedern stehen. Wo alle Lieder stehen. Wo steht von wem der Text kommt. Und produziert von wem. Und und und. So. Dann ist die Frage. Was sind hier für CDs drin. Vier CDs. Hört sich viel an. Ich habe selber noch nicht genau geguckt. Weil ich leider noch nicht dazu gekommen bin. Gestern. Also am 12. Habe ich es nicht geschafft. Mir wirklich alles so anzugucken. Weil ich bisschen im Stress war. So. Wir haben einmal die Fata Morgana CD. Mit den Liedern. Dann haben wir die Instrumental CD. Alle Lieder Instrumental. Dann eine DVD. Casey Rebel Live. Und noch eine DVD. Casey Rebel Tour Doku. So. Dann werde ich mir nach und nach. Denke ich mal alles angucken. Kann ich euch jetzt aber noch nichts genaueres dazu sagen. So. Dann ziehe ich nochmal ganz kurz. Und dann kommen wir zum T-Shirt. So. Haben wir hier. Das wunderschöne T-Shirt. Hier unten. Genau. Falsch rum. Hier. Fata Morgana. So. Ich ziehe es mal ganz kurz über. Gucken wir wie es aussieht. Oh. Ich sehe schon ein kleines Zirkuszelt bei mir. Zu groß. Leider gab es in der Box wirklich nur eine Größe. Husten. Dafür bin ich leider etwas zu klein. Aber. Ich sage mal so. Es geht. Ja. Zum Hass und Tobak. Habe ich schon neue Infos. Aber. Das wird. Denke ich mal. In einem anderen Video kommen. Entweder in Shisha News für diesen Monat. Oder. Wenn der Tabak vorher rauskommt. Und ich ihn vorher schon kriegen sollte. Dann in dem. So. Ich rauche jetzt meine Pfeife genüsslich vorbei. Und. Vorbei. Zu Ende. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Bye. Tschüss.